Das sind da zwei erinnernden Stückchen meine Mama. Ja, den Punkt haben wir schon bedeuten. Das sind sie öchse, ich hab von ihr. Versprech dir Mama, wir machen weiter. Schau, die Sonnenblumen dort, mein Gott ist das schön, und wie heißen sie auf Italienisch? Einen so treffenden Namen, Gira Solle, sie drehen sich ja nach der Sonne, nicht? Hecht?